Der Clown ist übrigens weg. Das stimmt. Ja, mir ist scheiße klar. Ich schaue dir jetzt nach. Ich hab da Kultus noch was zu warten. Ich spiel nur aus der Spahn. Okay. Wo gehst du denn hin? Gehst du denn ins J-Line? Nein, ich geh jetzt mal zur ersten Parakle hin. Okay. Ja, da können wir ja nichts tun. Da können wir dir noch nicht pfeifen. Aber wenn sie was tut vorne, sag es dir. Natürlich. Das ist die Wand nicht einmal dort. Das ist immer noch zu, die Tür da. So, ich laufe vom Jail. Da bin ich ja auch im Jail gestorben. Ja. Ja, er ist gestorben. Jetzt kommt er runter. Jetzt kommt er noch. Warte, warte, er geht in den Jail hinein. Das ist der Jail. Das bin ich. Ich hab gerade gesagt, nochmal zu. Das bist du, okay. Da mach mich nicht fertig da echt. Ich weiß ja nicht, was du tust. Du hast gesagt, du gehst zu Paraklen. Er hat sechs Augen. Ja, er hat sechs Augen. Ja, er hat sechs Augen. Ich mach jetzt die Tür vom Jail zu. Da ist nix mehr. Es ist komplett leer. Die sind weg. Man sieht da die ganzen Teile. Es ist relativ viel Equip liegt da drinnen. Pass auf, dass nicht einer oben irgendwo ist. Nein, nein. Ich hab komplett alles durchgeschaut. Da ist keiner. Welche Wichser. Das ist echt mies, ja. Die sind so komplett weg. Ja, die sind weg. Die sind rundherum selber. Ja, sag ja. Die hoppen sicher nicht so. Dass sie die Nerven haben, da drinnen herum zu hoppen. Das ist echt krass. Das muss man schon sagen. Ja, ich denk, dass zuerst der draußen kommt und schaut, ob da welche sind. Ja, aber grad dann spawn ich nicht, wenn drinnen welche drin sind. Verstehst? Das machst du ja nicht. Naja, aber wenn du da mit, wenn die, wenn der warst, als du bemerkt worden und alle schauen auf den hier. Ja. Dann spawne ich oben und schau und schieß dich nach und brauche von hinten nieder. Ja. Ja, aber wir haben ja nicht gehört, dass er sich bewegt hat, oder? Ja, dann hat er sich wahrscheinlich... Schüsse! Ja, fuck. Ich bin down. Da ist anscheinend no one gespawnd jetzt. Weil die Tür ist nicht aufgegangen. Und plötzlich... Da muss er noch drinnen sein. Unter der Stirn hast du auch geschaut? Ich hab...